Doppeljump Lol, ich hab's doch sehr schnell Rauch doch nicht, du musst bloß spät abspringen Junge Nein! Nein! Ah, ah! Wart mal, ich port mich kurz zu dir Ja, mach das Toll Ne, ne Okay, jetzt kannst du's machen Wart Ja, ne, ne, jetzt Ne, jetzt wirklich Jetzt wirklich Was hast du denn, du? Hast du etwa gesehen, dass ich gestorben bin? Ach so Oh, lol Ja, wie, du hast es schon geschafft, oder? Ja, natürlich Ja, natürlich Kann ich darauf vorlesen Do you like fences? Mit ich auch Oh, how do you like fences? Das ist nämlich die nächste challenge Das ist nämlich die nächste challenge Au Alter, ist das lang Alter, ist das lang Alter, fliege ich jetzt nicht Alter Das ist mega riesig Ja, nice Junge Spring doch gescheit Das ist ja Die 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 aufbildet ist auch easy going jetzt ist einfach jawohl und jetzt einfach hier so ein easy going doppelsprung jetzt hier so ein easy going vier sprung ich hasse diese scheiß vier sprünge ich krieg die voll nette darf nicht springen natürlich muss nein ich bringe einfach ganz spät ab das geht einfach mal guck mal easy schätze easy guck mal ich hab's schon wieder geschafft ja schon wieder und dann wieder dann wieder dann wieder dann wieder naja ich kenne das spiel auch das geht ja sogar mit den fans ist du sollst es noch nicht machen ich habe es nur angeguckt nicht gesprungen nur gucken nicht anfassen oh ja ja warte mal eigentlich kann man ja auch hier auch im motto bringt nichts auch heute am klar die neuen neue folge von der neuen stoffel von the walking dead weiß in der tat handy gar nicht der magisch first braucht der jetzt ein handy das finde ich jetzt respektlos mir gegenüber jaja matze ich habe mir das erklärt gerade eine warum der monster energy drink das werk von satan ist ja auch voll krass den von dem kumpel der vater der philosophiert übel teilweise das ist voll krass hat auch was weiß ich wie viele studiengänge schon gemacht hat jura hat er schon studiert ein bisschen was ich glaube von dem hast du mir mal erzählt etwas mit wirtschaft hat er noch studiert und was weiß ich was okay letztens hatte mit mir irgendwie über religion geredet ein bisschen und dass der teufel eigentlich der perfekte vorbote von von gottes irgendwie so dass man dass der teufel quasi entscheidet ob jemand in himmel oder hölle kommt okay total krasse wie wieder das rübergebracht hat und so so ja also wenn ich gott wäre ja ich würde mir den teufel als ding hier vor das tor setzen weil das ist ja eigentlich das genaue gegenteil von gott und daher wäre der perfekt für sowas okay da muss ich drüber nachdenken ich auch aber ja ich glaube dass es schon irgendwie sinn macht irgendwie schon ja im prinzip kann schlecht sagen aber es ist egal wenn du da jetzt ja philosophiert das war ja das glaube ich jeden fall aber man könnte ja dann auch sagen dass der teufel dann auch probiert in den himmel reinzukommen da alles kaputt machen oder auch die minecraft musik ach du verfickte hure alter fick nicht mit dem ficker oh ja oh man matze Ach, Billy. Aber irgendwie macht das schon Sinn, was sie gerade erzählt hat. Also die Satans Zeichen sind da schon irgendwie drauf. So ein paar. Wenn man jetzt tiefgläubig ist, könnte man das daheim verbieten. Ja, also. Oh, Billy. Jawohl, ja. Das ist nur noch die Einsatzbringer. Das hast du auch gemacht. Eee, du verkackst. Puh. Okay. Konzentration. Das halte ich dir einen Monat lang vor. Echt? Ja, so spreche ich nur noch mit Noob an. Ja. Einen Monat lang Noob. Egal vorgeben. Hope you like Fences. Ja, wie die sagen. Äh. Alter. What the fuck. Was machen sie lachen? Billy. Du hast früh besser mich. Ja, das kommt immer auf die. Ja, das kommt immer auf die. Komm ab. Ach nö. Du weißt doch, wie das ist. Oh ja. Alter, das ist richtig böse. Da muss man von ganz hinten wieder ganz nach vorne. Aha. Ja. Ja, das kommt vom Aufnehmen und. Ja. Ja.